So, weiter geht es mit den Modulen und ich habe das Video ganz bewusst mit in diese Grundlagen gepackt, auch wenn es vielleicht irgendwie teilweise von der Gliederung, wie ich es mir gedacht habe, nicht hundertprozentig passt. Aber Module sind so wichtig, dass ich sie ganz direkt zum Anfang mit einbringen möchte. Denn sie sind neben den Komponenten, also neben dem Herz von Joomla, wie ich es euch in Video 1.3 schon erklärt habe, neben den Inhalten und Komponenten sind die Module das, was Joomla letztlich eigentlich ausmacht. Denn ihr könnt Module an beliebigen Stellen auf eurer Seite flankieren zu eurem Inhalt darstellen. Ganz billig und an einem ganz simplen Beispiel sehen wir uns hier schon bei diesem Test-Webseiten-Tutorial, diese Seite, die wir hier gemeinsam erstellt haben, unseren Blog. Da seht ihr hier auf der rechten Seite das Menü und ihr seht dieses Log-In-Form. Das sind beides jeweils Module. Das sind also zusätzliche Inhalte, Widgets oder Gadgets, wie man sie auch immer nennen mag. Also Sachen, die man zusätzlich zu seinem Inhalt darstellen kann. Das heißt, wir könnten jetzt hier auch meinetwegen noch eine Uhr oder einen Wetterkalender oder jede Menge tanzende Feen-GIFs dann mit einbauen. Der Clou an diesen Modulen ist allerdings, dass wir diese eben abhängig von bestimmten Menüpunkten eben darstellen können. Und das mag jetzt hier noch nicht ganz so interessant sein, aber richtig laufen die Module zur Höchstform auf, wenn es eben darum geht, den eigentlichen Content zu erweitern. Das macht die Arbeit ein bisschen unübersichtlich, denn Module und Content sind rein logisch im Backend voneinander getrennt. Aber teilweise ist das oft die einzige Möglichkeit, so Inhalte zusammenzubauen. Ich zeige euch das mal an einem Beispiel hier bei so einer Template-Website. Also haben wir hier so ein Kauftemplate. Ihr seht, wir haben hier oben einen Slider. Wenn wir runterscrollen, kommt dann hier so ein kleiner Einleitungstext. Hier kommt eine Box. Da kommt wieder irgendwas. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass wahrscheinlich unser eigentlicher Content, der eigentliche Beitrag, den wir geschrieben haben, ist wahrscheinlich nur das. Und alles andere, was ihr hier außenrum seht, sind immer Module. Das heißt, wir haben hier ein Modul, in dem dann diese Bildchen ausgesteuert werden. Oder ein Modul, wo das hier ausgesteuert wird. Und das Gute daran ist, wir können eben dieses Modul mit diesem WeAreGoodAt auf jeder dieser Seiten hier dann benutzen. Wir können also Module abhängig von bestimmten Menüpunkten darstellen und können halt so entweder dem User zusätzliche Möglichkeiten an die Hand geben, so wie hier dieses Login-Formular. Oder wir haben halt die Möglichkeit, eben so Links einzubauen oder halt einfach die Seite insgesamt schicker zu machen. Auch dafür kann man es ja benutzen, so wie es hier gemacht ist. Also wenn wir ehrlich sind, so einen richtigen Mehrwert rein, inhaltstechnisch bietet so ein Slider hier jetzt wirklich nicht. Aber ohne den Slider sähe das Ganze nur halb so schick aus. Das heißt also, Module haben auch teilweise oder sehr, sehr oft den Sinn, eine Seite optisch aufzuwerten. Ob es jetzt durch einen Slider ist oder eben diese hier eigentlich völlig überflüssigen Riesen-Icons, die jetzt jederzeit auf jeder Website irgendwie mit dabei sein müssen. Aber sie gehören dann eben mit dazu. Auch das hier ist unter Umständen sogar ein Modul. Es gibt sogar richtig, richtig ausgefeilte Module hier auf Basis von einer Zusatzkomponente. Das wird hier sehr wahrscheinlich die Komponente K2 sein, auf die ich hier noch gar nicht gezielt eingegangen bin. Also K2 scheint dann neben Sablot einer der großen Erweiterungskits zu sein für Joomla. Wie gesagt, wollen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Aber auch so etwas Komplexes ist als Modul möglich. Oder hier eben diese Ausgabe von individuellen Blogbeiträgen. Hier haben wir so einen Counter, der auch sicherlich als Modul ausgegeben wird. Das auch als kleiner Hinweis oder als kleiner Ausblick in die Zukunft. Es wird auch noch ein Video geben über die Arbeit mit den Kauftemplates, die es ja mittlerweile wie Sand am Meer gibt. Und da ist die Arbeit mit Modulen ganz, ganz essentiell. Teilweise wäre es natürlich schöner für den User oder für den Endkunden, wenn ich hier dann meine Inhalte bei so einem Beitrag, wenn wir jetzt einfach davon ausgehen, dass ich meinetwegen bei diesem Golf ist wieder aktuell Beitrag oben auch einen Slider drin haben möchte. Und ich möchte halt die Related Artikel und sowas dazu anzeigen. Also alle Artikel, die dazu passen und vielleicht auch noch ein paar Icons. Dann seht ihr, hier ist Ende der Fahnenstange. Ich habe jetzt hier nichts mehr großartig, wo ich irgendwie dazu einen Slider darstellen kann. Das heißt also, mein Slider wird gesteuert letztendlich über den Bereich Erweiterungen, Module. Und dasselbe gilt eben jetzt auch für mein Mainmenü und für mein Loginform. Ich benutze jetzt mal eben die berühmt-berüchtigten Suchwerkzeuge, von denen ich gesprochen habe. Weil wie ihr seht, sind mit der Installation von dieser Komponente J-Events, die wir in ein paar Videos zuvor installiert haben, ein paar deaktivierte Module hinzugekommen. Das ist immer so Standard, wenn ihr Komponenten installiert und da sind Module bei, dann gibt es die ja immer einmal standardmäßig auf Unpublished mit dazu. Die wollen wir jetzt mal eben nicht sehen. Wir sagen also Status, nur veröffentlichte Module. Und dann sehen wir tatsächlich auch das, was auf unserer Seite dargestellt ist, nämlich eben das Mainmenü und das Loginform. Und die sind auf bestimmten Positionen dargestellt. Und das ist eben eine weitere Sache, die ganz wichtig ist beim Verständnis von Modulen. Es gibt in jedem Template, wenn der Template-Designer so gearbeitet hat, bestimmte Modulpositionen, also bestimmte Positionen, auf denen ihr eure Module darstellen könnt. Und wir gucken mal. Ah, stopp, dann war das so schon richtig. Es gibt die Möglichkeit, diese Modulposition anzeigen zu lassen. Anscheinend ist das jetzt hier aus bei dem Template, indem man hier Fragezeichen TP gleich 1 dran hängt. Wir können das mal eben einschalten. Und dafür gehen wir auf Erweiterungen, Templates und dann hier oben rechts Optionen. Also das ist immer so ein versteckter Button, aber da sind teilweise echt wichtige Optionen bei. Und da müsste die Vorschau von Modulpositionen auf aktiviert schalten, speichern und schließen. Und wenn wir jetzt ins Frontend gehen und oben diese Variable Fragezeichen TP gleich 1, also wenn wir TP gleich 1 da noch mit dran hängen, dann bekommen wir hier so eine etwas komische Darstellung. Aber wir können hier sehen, wo unsere Modulpositionen sind. Und wir sehen, dass das Main Menu und das Login Form in unserem Template auf der Position 7 stehen. Das heißt also, der Template-Entwickler hat diesen Bereich in dem Template Position 7 genannt. Und da kann ich ein Modul darstellen. Wenn wir jetzt dieses Template gekauft hätten, dann wird sehr wahrscheinlich diese Position hier oben Slider heißen oder so ähnlich, wie auch immer. Je nachdem, wie der Template-Entwickler diese nennt. Und ich kann aber mit diesem TP gleich 1 die Modulpositionen auf der Website darstellen lassen, um dann eben auszufuchsen, wo will ich was haben. Wenn ich also jetzt dann hingehen möchte und sagen möchte, ich hätte gerne mein Hauptmenü hier in der Position 1, kann ich jetzt eben auf Erweiterungen und Module klicken, suche mir jetzt hier mein Hauptmenü raus und sehe hier da die Position 7, von der wir gerade gesprochen haben, klick da also rein und gehe jetzt hier auf der rechten Seite hin und suche mir die Position 1 raus. Ups, natürlich wäre es schlauer, wenn ich hier oben das Suchfeld benutzen dürfte oder könnte oder sollte. Und ihr seht, das ist jetzt hier gar nicht angezeigt. Wir wissen aber, dass es diese Position gibt. Das habe ich auch schon öfter erlebt, dass eine Position, die es tatsächlich eigentlich gibt, hier nicht mit angezeigt wird. Jetzt tragen wir also da einfach Position 1 ein. Klicken die sie jetzt an und sagen Speichern. Und damit wird unser Menü, unser Menümodul hier oben auf Position 1 ausgegeben. Sieht jetzt scheiße aus, deswegen machen wir es direkt mal wieder zurück auf das, was es war. Es war Position 7. Wir schieben es wieder in die rechte Seite. Also, um das Ganze dann kurz und knackig zum Abschluss zu bringen an diesen beiden simplen Beispielen. Module sind also Möglichkeiten, unseren Inhalt zu erweitern. Wir können, wie gesagt, flankierende Informationen zu diesem Inhalt mitbringen. Wir können unseren Inhalt optisch aufwerten. Oder wir können zum Beispiel, wie jetzt hier in unserem Fall geschehen, auch Interaktionsmöglichkeiten für oder mit dem User dann mit unterbringen. Das fasst es, glaube ich, relativ gut zusammen, was Module sind. Was also hinterher da noch mehr geht, da kommen wir später in anderen Videos drauf zu sprechen. Aber so, denke ich, sollte mit Abschluss dieses Videos 1.6 jetzt hier, sollte eigentlich relativ klar geworden sein, wo der Unterschied zwischen Komponenten und Modulen liegt. Das gibt es immer wieder, also gerade beim Anfang mit Joomla, dass man da ein bisschen durcheinander kommt. Ich hoffe, damit habe ich jetzt so ein bisschen Klarheit reinbringen können. Wie gesagt, Inhalt und Komponenten sind unser Main-Content, also das, worum es auf so einer Internetseite geht. In diesem Fall wäre das jetzt unser Blog. Das ist unser Main-Content, darum geht es. Und hier dieses Hauptmenü oder dieses Log-In-Form. Die sind zwar netter auf der Seite, aber unsere Seite würde, letztendlich geht es hier rum und das alles ist nur schnippi-schnappi für Zusatzverkacki. Nein, Spaß beiseite. Also ich denke, das sollte damit klar geworden sein, wie man Positionen hier verändern kann. Bei Kommentaren dazu oder Fragen, lasst direkt unten einen Kommentar oder schreibt mir eine Message. Ich kann nicht immer alle sofort beantworten, denn das ist dann doch manchmal ein bisschen viel und irgendwie muss ich ja auch noch meinen Lebensunterhalt mit diesem ganzen Kram verdienen. Ich mache ja nicht nur Videos. Wie gesagt, lasst mir einen Kommentar oder ein Like oder was auch immer. Ich verabschiede mich und wir sehen uns in den kommenden Videos. Bis dann. Tschüss.